Sarah Engels M.I.T. Rauschmittel in Kontakt? Sängerin warnt vor dieser Szene Droge. Köln, was hat Sarah Engels, 30, mit Drogen zu tun? Bei einem Kaffee- und Boulevardlektüre hatte die Sängerin plötzlich eine ganz eindringliche Bitte an ihre Fans. Gemeinsam mit Ehemann Julian Engels, 30, machte sich die zweifache Mama am Montag auf den Weg in die Rheinmetropole, um bei einem leckeren Käffchen in die neue Woche zu starten. Mit am Tisch, die BILD-Zeitung. Und gerade in jener Lektüre wurde die DSDS II. von 2011 auf eine ganz besondere Thematik aufmerksam. Da es für uns heute Morgen nicht zum Sport geht, sind wir frühstücken und lesen uns nebenbei die BILD durch. Und da bin ich gerade auf diesen schrecklichen Artikel gestoßen, gestand die 30-Jährige. Unter der Headline, 1x Blasen und dann Fliegen, wird dort über die neueste Partydroge Lachgas geschrieben. Enorm erschreckend für die Ex-Frau von Pietro Lombardi, 31. Das mit dem Lachgas scheint ein richtiger Trend bei Kindern und Jugendlichen zu sein. Ich kann euch wirklich nur darum bitten, lasst die Finger davon. Sarah Engels und Ehemann Julian süchtig nach Sport. Und, Julbü, der hatte trotz des ernsten Themas seiner Frau nur einen kurzen und knappen Kommentar übrig. Das ist noch schlimmer als die Nationalmannschaft, witzelte der Ex-Profi des Bonner SC. Hintergrund Auf der Seite gleich neben des Artikels zum Lachgas wurde das DFB-Debakel gegen Japan, 1 zu 4, und den anschließenden Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick, 58, gefachsimpelt. Das ist leider noch erschreckender, waren sich der Blondschopf und seine Auserwählte mehr oder weniger einig. Aber was ist das genau? Fragte Julian schließlich, der sich zum Ende hin dann doch für die Droge zu interessieren schien. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollen wir das am besten auch gar nicht wissen, entgegnete ihm Sarah. Auf ihre ganz persönliche Drogesport musste die 30-Jährige mit sizilianischen Wurzeln zum Start in die neue Woche allerdings verzichten.